hi und herzlich willkommen ich bin der kuhmann das ist minecraft alle fabriks 3 ja und heute machen wir was 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 schönes an der frischen luft kommen an der stone haus oder haben auch bäßteres glück 3 das ist aber interessant muss ich mal muss ich mal was ausprobieren nachher und also es ist ja so wir waren ein bisschen auf tour ihr habt dann ja ich kurz den einblick gegeben ins neue so ihr haus also nicht in mein haus und dann ins gartenhaus und da möchte ich jetzt ganz kurz noch mal hin mit euch sagen wir hier was haben wir hier tacos immer ein bisschen tacos kommen wie sie es essen aus jetzt hier ja früchte wir müssen mal früchte essen es ist es kann man jetzt noch was essen gut immer wird dennoch mit der zeit hier das wird wieder abend gut dann lasst uns die taschen füllen wir haben ja hier alles neue so ein bisschen reingetan wir haben ja ein paar kräuter hier und ein paar schöne gemüse hat die schocken haben wir hier brokkoli saguaro keine keine ahnung was das ist kurant das curry aber sie vielleicht was ändern noch älter very sweet potatoes nämlich mit trümmerig hatte auch noch nicht besetzt grüne zwiebeln und irgendwo hat man doch noch die echten guten normalen zwiebeln haben auch hier siehst du wir haben wieder so viel in den taschen hier moment so ist er wieder einmal gesund husten so was haben wir hier kommen essen hoch das hoch hoch das auch schere brauche ich jetzt gerade nicht denke ich auch nicht ja ich denke so können wir es machen hier die werkzeuge schmeißen wir alles in meinen rucksack aber aber kann ich mir vorstellen dass es eher ein bisschen hoch ist kanter luke holly flowers hat man ja schon mal radieschen blueberries spinat ich versuche jetzt das ganze ein bisschen ja wie willst du sagen zu zu sortieren für weiß mich nimmt die höhe wunder von dem zeug pinat honeydew cocoa muss ich sonst mal was noch bauen hier die tue ist auch ihr hoch geht auch hops hops könnte flach sein zucchini müssen wir gucken die grünen bohnen alabaric grapeseeds und eggplants dann schlafen wir kurz da gehen wir kurz raus gucken weil wie gesagt mein plan wäre es eigentlich so den den alten garten umzubauen also nicht den garten umzubauen sondern die dinge die dann so drin sind das heißt wenn man jetzt hier gucken wir haben gemüse die hier sind wir haben gemüse die kleiner sind wir haben flache beeren und so und ich möchte jetzt von oben nach unten oben das höchste sowie tun und dass das was ist das hier die die korn geschichten dann hier unten dann ein bisschen andere dinge sellerie vielleicht dann und so und die beetroots nehmen wir auch noch rüber dann dass sie ein bisschen so optisch optimieren können die früchte nehmen dann rüber und 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 dann müssen wir gucken wir was machen das ist radieschen da möchte ich noch kurz in meinen garten gehen dann nach hinten die neue abteil hier was haben wir hier cranberries die sind eher flach und was aber hier bell pepper immer mit somatilio sie sind auch eher flach die schwarzen bohnen auch courant dann was haben wir hier gemacht das war noch dies hier noch mal gut dass wir sagen da hinten wo wir jetzt was neues haben dass ich euch gleich zeige machen wir es ein bisschen anders ich habe den weg ein bisschen optimiert noch ich habe das hier ein bisschen schöner gemacht hier hier nach unten müssen wir dann gucken wir zeige ich euch dann auch hier die stufen habe ich gebaut den weg ein bisschen optimiert hier blümchen gemacht und dann habe ich den weg hier konstruiert 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 und man ist truiert ich sage mal so bis besser nicht mehr ich habe hier ein bisschen blümchen gemacht bisschen büsche kleiner weg so und hier hier habe ich die ersten sie es gepflanzt so zeigen wir jetzt damit man gucken kann was wird wie hoch was ist das dann out mit chili pepper nice senf kiwis was sie alles haben jetzt hier gucken wir haben wir habe ich gemacht so gut haben wir jetzt auch den jahr ist kaffee so jetzt haben wir natürlich die taschen voll sagen wir ja kurant wir haben jetzt so viele dinge die wir vorher nicht hatten Tomatelio was haben wir hier das sind die pineapples lass mal gucken wo sind sie denn einmal pineapple mit der berg-router back out tschuldigung auch noch haben wir fertig was ist das selbst müssen wir mal gucken haben wir sind aus bell pepper noch mal ein bell pepper noch rum nice und hier haben wir was war das Oliven zeig mal hier haben wir doch jetzt auch Oliven wie viele Oliven haben wir denn sind sie ich bin blind ich sehe die Oliven nicht Tomatelio hier Oliven guck mal hier machen wir das so nimmer machen wir zwei draus so das ist ja Oliven und haben wir auch dann kommen wir auch noch mal so das sind irgendwie auch so Nüsse irgendwie ne dann was war das hier Squash Squash Squash, was ist Squash, was ist Squash, Rooter Butcher, Squash interesting was war das hier, Mustard Semph, Semph sollten wir auch haben jetzt sagen wir hier Mustard, muss ich zwei haben jetzt machen wir das mir so hier diese diese Dinger hier rein dann der Senf war man hier so da ist da haben wir das voll und du bist Rooter Butcher das ist das irgendwie ein Kohl oder Radieschen, nee Sellerie, nee Sellerie hätten wir ja anders ich kann es nicht sagen muss das mal nachher googeln was das auf Deutsch bedeuten würde ja aber der Garten in Form an Kamba, Gurken, wo haben wir die Gurken meine lieben Leute eine Gurke hier, dann zwei von denen sehe ich so aus dem Augenwinkel Jam, 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 jam zwei davon und das war noch mal Kaffee, super Danger also so, so 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 Kucumber aha, was haben wir hier, Rooter Butcher Ginger was war hier ich habe den rest lassen und zweimal kaffee noch kaffee hier gut was man das so wachsen dann würde ich sagen immer ein bisschen platz hier entschuldigung wollte ich nicht was soll ich denn das wollte ich habe schon viel gemüse und zeugs das ist geil ich werde gärtner das guck mal her das machen wir zu kini gehen wir mal raus und gucken wo kann man zu kini machen habe ich schon ein bisschen vorbereitet dass man das ein bisschen so machen kann das aber noch hier sweet potatoes hätte ich auch gern hier im feld irgendwo sweet potatoes kommen die schmeißen wir hier ein da haben wir wirklich so ein bisschen die wasserliche gemacht dass ich das zeug einfach in den boden stecken können kurant machen wir den kuranten 4 5 6 was haben wir noch tumeric keine ahnung was das ist aber klingt gut dann wächst das hier auch schon was haben wir denn hier noch du bist vielleicht nicht so optimal platziert hier aber ich dachte ich mache den weg dass ich hier einfach durchlaufen kann an den dingen vorbei peanuts aber hier ob green onions und die onion seeds normalen die werden wichtig wegen kochplänen und so aber hier ein bisschen onion onion 1 onion 2 mal gucken ob es was anderes ist aber kommt gut dann machen wir hier dann nochmal treppe hin und machen wir weiter so hat sie schocken haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt und dann ist nacht mal gucken was das am ende des tages gibt schlafen wir mal sehr schön dann was haben wir dann noch weines reis haben wir noch honey die brokkoli aber auch noch brokkoli 5 da braucht man ein bisschen mehr platzieren zwei drei vier fünf schön das hier könnte man eigentlich danach füllen mit der finde ich jetzt haben wir noch wo hätten wir dann noch ein plätzchen hier testgarten kommen 123 einfach mal so ein bisschen zichten hier und schauen wie das ausschaut dann eggplant hops cranberries nehmen mit kann man vielleicht hier hinten noch was machen aber nur gucken wie es ausschaut wie es denn so wächst und wenn das dann fertig ist dann haben wir hier wirklich schönen garten glaube ich das sieht gar nicht so schlecht aus nimmt mich wunder wie es ausschaut wenn ich fliege hier wächst es auch wieder schon nice ich würde sagen das ist gar nicht so übel jetzt gehen wir mal kurz rüber in der haus hause das würde ich jetzt gern von weiten mal sehen so hoch hier um die ecke was haben wir denn noch hier ja ja grapes noch mehr grapes was werden alles klar ich habe jetzt fast keine gepflanzt wenn man das so anguckt schön es wird richtig richtig schön hier nice machen wir natürlich weiter da müssen wir uns halt dann wirklich darum kümmern um zu gucken was geht denn im anderen garten da das heißt alles was groß ist müssen wir rausnehmen und da vielleicht nach hinten also ich würde da oben so ein bisschen mit weed und so arbeiten und gegen vorne kleiner werden das heißt unten kann man vielleicht sogar bieren oder früchte lassen aber oben wirklich so ein bisschen die klassiker weed was haben wir denn hier tomaten korn pumpen spinat lasst uns mal überlegen Ah, auf jeden Fall haben wir jetzt natürlich massig Zeug. Glaub mal. Courant, schwarze Bohnen, Chili, Kiwis, Kaffee, Yerm, Kokombo, Ginger, Knoblauch, Tomatilio, Pineapple. Das ist richtig schön. Was hat man hier? Hier waren die Früchte. So, das sieht schon mal gut gefüllt aus. Dann, was haben wir hier oben? Hier waren so ein bisschen Gemüse, Soja. Das heißt so, Tomatilios kommen da rein, Jam, Bellpepper. Da haben wir vielleicht einfach so ein bisschen, das, das, ja, das. Vielleicht muss man das Fleisch hier rausnehmen und hier einfach so ein bisschen die Gewürze, Ginger, Knoblauch, Kaffee, schwarze Bohnen kann man hier rein tun, Chilis. Ah, das kommt gut, das kommt sehr gut. Hier, Brot, Fleisch roh. Machen wir. Hier haben wir natürlich noch die Gurken. Cranberries. Hier, Kaffee kommt zu den Gläsern. Aha, aha, aha. Ja, für die Beeren, ne? Die Beeren sind voll. Oh, Sojabon. Oh, hier könnte man das ja rein tun. Machen wir das jetzt hin. Da kommt alles Zeug, so Gewürze und so. Hier, so, das, das, das. Das macht Sinn. Das macht sogar sehr Sinn. Das macht sogar sehr Sinn. So, komm, machen wir es mal so. Das sieht okay aus für mich. Gut. Das heißt, die Geschichten hier, Grünebohnen haben wir auch noch, Grape. Aha, müssen wir mal schauen, was wir machen hier. Birn. Rhabarber haben wir noch nicht angepflanzt. Das geht gar nicht. Cantaloupe, Habor. Kohlhammer, Radieschen, Birn. Cabbage, Black Bean, Tomato Seed, Tomatillos, Sojabohnen, Celery, Borley, Spinat, Raspberry. Aha, aha, aha. Dann haben wir die Beeren, machen wir hier unten hin, komm. Und hier so ein bisschen Radieschen. Nee, das lassen wir hier. Cantaloupes, Frucht, Tomaten, das lassen wir Tomate hier auch, Soja auch, Wheat, Korn, Celery, Borley, Spinat. Hier die Gemüseabteilung. Und hier haben wir so ein bisschen Bählen, Süß, Rödebohnen. Ja, das ist mal vielleicht so Blätterzeug und anderes kann man hier noch ein bisschen sortieren. Ja, das kommt gar nicht schlecht. Ja, ich gebe mal mein Bestes und versuche in der Zwischenfolgenzeit hier was zu machen mit dem Garten. oder vielleicht nehme ich euch mit nächstes Mal. Wir werden sehen. Na dann, hey, auf jeden Fall bis morgen. Dein Kuhmann. Ich freue mich auf dir. Bis dann. Tschüssi. อー Und yarg bis bis bis